Musik Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Gothic 2 Dark Saga. Wir sind zur Zeit immer noch, wo auch sonst, in der Sklavenmine der Orks und haben in der letzten Folge mit ein paar Leuten gequatscht, ein bisschen Informationen erhalten. Natürlich immer noch nicht genug, um hier groß draus schlau zu werden, wie wir hier direkt rauskommen, aber so langsam macht sich einem so ein Bild im Kopf breit. Wir werden hier vermutlich hier irgendwie ausbrechen. Das ist ja irgendwie logisch. Nur in welchem Umfang und wie genau und wer uns dabei im Weg steht und eine Hilfe ist, das lässt sich noch schwer herausfinden. Noch sind wir am Sondieren. Wir sollten nebenbei noch einen Heiler finden und vielleicht noch eine Flasche Wein für bereits erhaltene Quests. Das Schöne ist, schlafen müssen wir eigentlich nicht. Es ist ja so oder so dunkel. So, Blauflieder oder beziehungsweise Blaukraut nehmen wir auch noch mit hier. Darf man hier ein bisschen was mitgehen lassen oder gibt es dann gleich Ärger? Scheint okay zu sein. Innos-Statue. Hey, guck mal einer an. Wow. Innos dankt uns, aber gibt uns nichts. Für Lernpunkte können wir hier Mana und Lebenspunkte erhalten. Mal schauen, wie gut wir zurechtkommen mit dem Erzvorrat. Das könnte interessant werden. Auf jeden Fall könnte man hier die Person finden, die uns helfen könnte bezüglich Sam. Denn hier haben wir einen alchemitisch. Aber wir selbst sind vermutlich nicht gut genug, um hier irgendwas zusammenzubrauen. Ne, wir können gar nichts. Sind leider sehr unfähig. Ein Kronstück ist hier drin. Eieiei, das ist gar nicht mal so schlecht. Den werden wir früher oder später noch brauchen. Für Stärke und oder Geschicklichkeitstrinke. Sieh mal einer an. Da hat es sich schon direkt gelohnt, dass man mal ein bisschen genauer nachschaut. Hatte allerdings eher mehr... Also ich meine, Kronstück nehme ich mit. Keine Frage. Aber ich hätte eher gedacht oder gehofft, einen Heiltrank für den Sam zu finden. Da hinten noch irgendwas drin. Müssen wir ein bisschen rumlümmeln. Und durch die ganzen Truhen uns ein bisschen durch... Aha, noch ein Schlüssel. Durch Wuseln. Wo ist jetzt der zweite Schlüssel hin? Ach so, der ist wahrscheinlich hier. Dann... Ne, wo ist denn der? Ah, hier. Schlüssel. Okay. Beide seltsame Schlüssel. Das ist natürlich jetzt... äh... Bombastisch. Keine Ahnung. Was das soll? Arthus. Guten Tag. Hey du. Hör mal, hast du was zu essen? Mein Nagen bringt mich um. Nein, tut mir leid. Verdammt. Ich bin so hungrig. Ich könnte einen ganzen Schattenläufer essen. Wer bist du? Nenn mich Arthus. Es ist zwar nicht mein richtiger Name, aber man kann hier niemandem trauen. Also muss das reichen. Bist du schon lange hier? Ja, das ist schon so lange her, dass ich die Zeit nicht mehr weiß. Ich bin nicht so lange in der Mine wie Sahn, aber ich habe in der Zeit, in der ich hier bin, schon viel gesehen. Siehst du das Grau in meinem Haar? Das ist alles diesem verdammten Ort zu verdanken. Und ich bin jetzt 28. Und ich fürchte, ich werde mein drittes Lebensjahrzehnt nicht erleben. Die einzige Freude im Leben ist, mir den Bauch voll zuschlagen und so zu tun, als wäre ich ein hart arbeitender Sklave. Brauchst du Essen? Ja, und zwar so viel wie möglich. Ich habe in letzter Zeit einen unersättlichen Appetit entwickelt. Bringt mir alles, was du finden kannst. Im Gegenzug gebe ich dir etwas Erz. Hm, das ist gar nicht mal so schlecht. Hier, ich habe etwas zu essen. Nun ja. Ja, du hast etwas Brot. Wie bisher. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal das Erz hier schon mal durch. Und gehen wenigstens bei dem die Information hier mal hier ab. Erzähl mir von den Sklaven. Was gibt es über sie zu erzählen? Jeder tut, was er kann, um die Stunde des Treffens mit Innos oder Bailiard, je nachdem hinaus zu zögern. Das ist alles, was du für drei Stücke Erz zu sagen hast? Ja, nun. Aber warte, ich kann dir sagen, wie du etwas Erz verdienen kannst. Und wie sieht die aus? Du musst den lustigen Kix besiegen. Er ist neu hier. Aber ich habe gehört, dass der Usak nur die Hälfte des Erzes gibt, das er eigentlich geben sollte. Warum das? Das liegt daran, dass er der härteste Kerl ist, den ich je getroffen habe. Als er in die Mine geschleppt wurde, dieten ihn vier Ox gleichzeitig fest. Vier. Er schaffte es nicht nur zu entkommen, sondern trat auch zwei von ihnen so hart, dass sie kaum noch laufen konnten. Danach versuchen sie, sich von ihm fernzuhalten. Und dieser Typ arbeitet für drei. Sie trafen also eine Entscheidung. Was schlägst du vor, wie ich mit ihm umgehen soll? Ich schlage nichts vor, ich gebe nur ein paar gute Ratschläge. Ja, irgendwie nett, wie soll ich denn dem siegen? Kann ich dem übrigens jetzt nochmal Essen geben? Gut, ich habe vermutlich einfach nichts dabei, ne? Besonderes. Genau, Essen gegen Erz. Hey du! Was muss ich über die Mine wissen? Eines solltest du wissen, jeder ist auf sich allein gestellt. Wenn du einen Fehler machst, wirst du ausgeraubt oder noch schlimmer verprügelt. Damit sind wir hier schnell. Nimm dich besonders vor Kurt und Giuliano in Acht. Sie erpressen gerne Erz von Sklaven. Kann man mit ihnen verhandeln? Natürlich kann man. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zahlen oder Kämpfen. Kurt mag wie ein harter Kerl aussehen, aber in Wirklichkeit ist er ein Feigling. Wenn du ihn einmal vertrübelst, wird er sich dir nie wieder nähern. Und Giuliano? Er ist schlimmer. Er hat eine kleine Bande unter den Sklaven gegründet. Und wenn du ihn mit deinen Fäusten angreifst, bist du schneller tot, als du denkst. Selbst Drax mischt sich nicht in Giulianos Angelegenheiten ein. Und das will schon was heißen. Okay, das waren immerhin wertvolle Informationen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, kein Erz mehr. Kann das sein? Ne, wir haben nur noch unseren Tagessatz. Aber wenigstens schon mal vielen Dank für die Informationen hier. So, da geht's nicht rein. Da ist zu. Der Wächter. Der hat auch nichts zu sagen. Huch. Halt mal! Was glaubst du, wo du ihn gehst? Ich will in die Mine. Mora kann da nicht reingehen. In der Mine gibt es Crawler, die Mora in Sekunden auffressen würden. In die Mine gehen nur Mora, wenn sie schuldig sind und Usak sie zum Tode verurteilt hat. Aber ich will pass hier. Arbeite Mora. Lenk mich nicht ab. Alles klar. Ich wollte ja eigentlich auch nur hier ein bisschen dran vorbeilatschen. Uh, Lederbeutel. Gerade auch bei den Sounds und so merkt man natürlich schon, dass es ein bisschen Staub angesetzt hat. Das ist natürlich nicht die allerjüngste Mod. Und hey, unsere ersten 25 Gold. Mal gucken, was wir hier unten finden. Wenigstens muss man sagen, ist die Mine nicht ganz so unübersichtlich wie die gute alte alte Mine. Die nämlich schon mit ihrer Komplexität und ihrer Unübersichtlichkeit heraussticht. Wenn man da nämlich allererst mal drin ist, dann kriegt man wirklich einen Dachschaden. Theoretisch ist nur der Hauptschacht relevant, aber dennoch ist die ja sehr, sehr groß. Wobei ich auch da schon schlimmere Minen gesehen habe. Ihr könnt sie nur nicht beim Namen nennen. Hoffentlich reiht sich diese hier nicht dazu. Aber die ist auch schon gar nicht so klein. Und so ganz ist natürlich mein Überblick noch nicht gewachsen oder hat sich manifestiert. Da fliegt nichts mehr rum. Das ist irgendwie nur so eine Dekoration. Eine dritte Spruchrolle. Ein Feuerpfeil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da hinten ist nichts. Da ist nichts. Gerade diese ganzen Teilstege hier mitten in den großen Höhlen, die nerven halt so ein bisschen. Oder was heißt nerven? Die machen das Ganze halt unübersichtlicher. Da weiß man dann nicht, wo wir schon waren, wo noch nicht. Das irritiert mich immer ein bisschen. Hey, da war noch was. Dunkelpilz. So, also wir haben zwei Schlüssel und zwei Truhen. Aber ein Schlüssel ist noch für keine der beiden entdeckten Truhen. Deswegen müssen wir da echt mal schauen, wozu der erste Schlüssel passt, den wir hier gefunden hatten. Tarok. Guten Tag. Gleich zumindest. Ob wir da hoch dürfen. Ich teste es mal aus. Wir haben die meisten größeren Plattformen. Da sollten wir uns fernhalten von. Aber ich glaube, hier ist okay. Da sagt keiner was. Da können wir auch wieder Erzklopfen. Versteckt sich oder verbirgt sich hier irgendwas im Eck. Nö. Ein Orkkrieger. Der aber hier nur im Kreis läuft. Nö, hier ist nix. Und wir sollen ja bloß nicht auf die Wachtürme oder Wachposten drauf. Da gibt es dann Azure mit den Chefs hier. Also mit den Orks. Dieses komische Knurren ist auch ein bisschen irritierend. Da oben war, glaube ich, nur die Wasserpfeife. Sonst nix. Wo war denn jetzt der Tarok? Da ist er doch. Warum bist du so unglücklich? Tarok will die Mine leiten, aber Usak kommt ihm in die Quere. Tarok besiegt Usak und wird der Anführer. Alles klar. Vielen Dank für diese wertvollen Informationen. Oder wertlose Informationen. Liegt hier oben was rum. Ein Brocken Erz. Ey. Geht er wieder hoch. Mal wenigstens wieder ein Brocken. Ey, da sind sogar zwei. Hey, jetzt geht's aber los. Das Problem ist natürlich, dass wir hier jetzt unseren ersten Tag schon fast verballert haben. Ich habe das Gefühl, dass das Ärger geben könnte. Also vielleicht können wir dem auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Oben ist auch nur ein Wasserpfeifer. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Ich bin hier mit der Raumaufteilung sehr unzufrieden. Bin aber leider nicht in der Position, hier irgendwas zu melden. Sorry, aber man muss ja auf jeden Fall immerhin den Ecken und Ritzen nachschauen. Dann wird man dann, wie auch hier wieder, wird man belohnt. Oh, und wie man belohnt wird. Mit einem Brocken Erz. Natürlich noch eine Spruchrolle hinterm Belia schreien. Jetzt denke ich hier in den Flügeln von Belia fest. Und wir haben eine Truhe. Hey, guck mal an. Und für diese Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also. Mittlerweile zwei Schlüssel. Und drei Truhen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber schon wieder fehlt ein Schlüssel. Ich werde hier wahnsinnig. Erzbrocken haben wir wieder drei. So, wir wissen ja immerhin, dass der Kurt nur ein Bubler ist. Das heißt, der kriegt von uns auf die Gosch, wenn er das nächste Mal die Fresse aufreißt. Der kriegt von uns nichts. Ich hätte nur gerne gewusst, wo dieser Alchemist ist. Ich will jetzt nicht, dass der Sam uns wegkrepiert. Nein, das meine ich nicht. Ja, ja, noch sind die paar Tage nicht rum. Hey, ein bisschen positiv, wenn es geht. Okay, gucken wir uns hier einfach weiter um. Noch ein bisschen Unkraut mitnehmen. Ich gehe mal ganz kurz hoch zum Chef. Vielleicht können wir unseren Tagessatz schon abgeben. Ähm, Mora, arbeitet gut. Gib mir das Erz. Jetzt können die Mora essen und schlafen. Raus mit dir! Wir kriegen auch eine Belohnung. Wir kriegen tatsächlich was zu trinken, was zu essen. Und EP. Dass sich das natürlich nicht rechnet mit maximalem Leben, das man verliert, ist ja natürlich vollkommen klar. So, hier im Eck hatten wir doch die beiden Truhen, oder zumindest ist hier eine. Und die geht wenigstens auf, dafür mit den richtigen Schlüssel. Und ach, du liebe Zeit! Was heißt denn hier, Zeit, das Erz zu übergeben, habe ich ja schon gemacht. Und dann gibt es hier 20 Mora für uns, was jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig war. Ich hätte vielleicht damit auch ein bisschen Geld machen können mit den Trinken. Gerade weil mich ja Mora nicht so interessiert. So, wird der jetzt sauer? Ne, ne? Wir haben es ja schon abgegeben. Und dabei wirkt er ja relativ zufrieden. Auch wenn es jetzt ein bisschen komisch wirkt, bin ich jetzt trotzdem mal irgendwie offnungsvoll, dass das jetzt hier alles so abgelaufen ist, wie es ablaufen sollte. Hier unten haben wir Fleischwansen. Das sind die, die wir gehört hatten vor ein paar Folgen. Und man sieht hier in den ganzen Nebengängen, das sind einfach nur die armen Dreckslöcher, in denen die Sklaven halt ihr Dasein fristen und wollte Erz abbauen. Fleischwansen 2, Fleischwansen 3 und die 4. Da oben knurrt der andere die ganze Zeit rum. Also wir finden schon eine ganze Menge Kram. Immer noch keine Flasche Wein leider. Auch wenn ich hier bei den ganzen Fässern bin ich gespannt, wie die anderen Kapitel dann aussehen. Ich hoffe, da geht er noch richtig die Post ab. Der Suche nach diesem schwarzen Schwert. Aber soviel zu diesem Loch hier. Hätte man übrigens schon direkt beim ersten Besuch vorbeischauen können. Wäre keine große Sache gewesen. Aber man ist am Ende immer schlauer. Und hier ist diese andere Truhe. Und da fehlt uns natürlich auch der Schlüssel zu. Also erster Tagessatz ist abgegeben. Wir haben wie viel Erz dabei? Wieder drei. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Information. Und für 25 kann uns der andere da hinten beibringen, dass wir besser schürfen lernen. Der Loch ist nichts drin. Und hier geht's in einen weiteren großen, riesengroßen Bereich der Miene. Ach du liebe Zeit. Leck mich am Ärmel. Das gibt's doch gar nicht. Wir können ganz viele Fleischschwanzen abschlachten. Ich bin ja gespannt, ob diese Erzbrocken, die wir da den ganzen Sklaven abgeben, ob die dann quasi wirklich neue Bereiche freischalten oder neue Lehrer freischalten oder ob man die ganzen Dinge auch erreichen könnte oder finden könnte, wenn man einfach nur sucht. ist halt ein bisschen tricky gemacht, hier mit diesen ganzen dunklen Gassen und generell der Dunkelheit. Hier gibt's bestimmt überall Schlüssel für diese ganzen Truhen. Fand ich schon echt wahnsinnig mit den zwei Mana-Trängen. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich einfach so hätte wegsüffeln. Ob ich die hätte wegsüffeln sollen oder ob das jetzt vielleicht ein Fehler war. Aber jetzt sind sie weg. Hey du! Muss ich wieder bezahlen? Aber ich hatte heute schon einen Besucher. Ich habe alles weggegeben. Was redest du denn da? Du gehörst mich zu Julianos Bande? Nein, warum? Hast du ein Problem mit denen? Ja, ich habe ein Problem. Sie nehmen mir die Hälfte des Erzes weg, das ich an einen Tag förbere. Meine Kraft ist aufgebrocht. Wo kommst du her? Aus Korinnes. Ich habe früher im Hafenviertel gelebt und ihnen geholfen, die nicht lesen und schreiben konnten oder so. Ich bin nicht reich geworden, aber ich bin über die Runden gekommen und das war gut so. Als dann der Krieg ausbrach und die Kolonie eine magische Barriere erhielt, beschloss ich, dass es immer gefährlicher wurde, auf der Insel zu sein. Also verdiente ich mich als Matrose auf dem ersten Schiff im Hafen und machte mich auf den Weg zum Festland. Aber dann gab es einen Sturm beim Piraten. Jedenfalls geht es nicht viel weiter als bisher. Ich war noch nie in Korinnes, aber ich habe gehört, dass es ein sehr schöner Ort sein soll. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Eine riesige Steinstadt mit einem Rathaus in der Watras auf einem Platz über die Dreigötter predigt. Hinter der Stadt liegen weiter Felder, auf denen die Bauern unermüdlich arbeiten. Die Taverne zur Toten-Hapi an einer Kreuzung ist auf der ganzen Insel für ihren ausgezeichneten Schnaz bekannt. Und das Mimental war, lange bevor es zur Strafkolonie wurde einer der schönsten Orte. Man sagt, dass es dort eine riesige alte Burg gibt, die einst von Paladin erbaut wurde. Ich sehe, dass du Korinnes siebst. Würdest du gerne dorthin zurückkehren? Ja, natürlich würde ich das. Aber lasst uns nicht in alten Wunden wühlen. Hier ist kein Platz für Nostalgie. Hier gibt es nur Spitzhacken, Felsen, Otz und den verdammten Giuliano. Warum nimmt Giuliano dir das Erz weg? Weil er ein geächteter und ein Mörder ist. Das Leben anderer ist für ihn nicht mehr wert als ein Brocken-Erz. Er hält sich für so wichtig, dass wir anderen in die Füße küssen sollten, wenn er nur vorbeikommt. Egit! Wenn du ihn so sehr hast, warum redest du nicht mit ihm von Mann zu Mann? Ich bin ein Schreiber, kein Krieger. Ich kann nicht mit aller Klinge umgehen. Ich kann nicht kämpfen. Ich kann nicht töten. Und weißt du, trotz meiner schlechten Lage will ich das auch nicht. Ich will nicht so werden wie er. Du glaubst, das ist der beste Weg, die Demütigung zu ertragen? Inhouse wird über uns richten. Ich möchte dieses Gespräch nicht fortsetzen. Hey, du! So viel zum Mark. Was für interessante Dinge sagen die anderen Sklaven? Ich weiß es nicht. Ich spreche nicht viel mit den anderen Sklaven. Ich habe wenig Interesse an den Bewohnern dieses Ortes. Kann ich dir irgendwie helfen? Doch, ich glaube, das kannst du. Ich sehe in deinen Augen einen Krieger, der fähig ist, zu töten. Und das ist genau die Art von Mann, die ich brauche. Du willst, dass ich jemanden töte? Ja, das will ich. Ich zahle dir 15 Erzbrocken dafür. Großzügig. Und wer ist es? Ja, das ist es, was nötig ist. Ja, genau. Ich kann diese Beschimpfungen nicht mehr ertragen. Entweder er oder ich bringe mich um. Gibt es keinen anderen Weg, als dich zu töten, damit Juliano dich in Ruhe lässt? Vielleicht, aber bei ihm weiß ich es nicht. Die letzte Hoffnung war dein, was ich Drax um Hilfe bat, aber er hielt es nicht einmal für nötig, zu erklären, warum. Er ist der Mann, der hier für Ordnung sorgt und es hängt viel von ihm ab. Ich halte sie alle für Feiglinge auch diesen Ja, das ist es, was nötig ist. Und hinter vorgehaltener Handtuscheln. Oh, wie ich sie alle hasse. Na gut, ich werde darüber nachdenken, aber ich mache keine Versprechung. Das verlange ich auch nicht von dir. Ich bin es gewohnt, dass mein Leben einen Erzbrocken wert ist, mehr nicht. Usag weiß, wie man mit einem dummen Mauer umgeht. Okay, interessante Quest. In der nächsten Folge werden wir hier uns weiter umschauen müssen. Also, ne, doch weiter Sachen sammeln und mal gucken, ob wir das hier machen können. Ich muss mit Juliano sprechen. Vielleicht kann ich das Beste aus dieser Situation machen. Okay, alles klar. Gut, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und machen hier gerade weiter. Bis dahin. Tschüss.